Hallo Lovenfans! Ich liegt fünf Tage unter den Corona-Symptomen und musste mich zu Hause von meiner Familie isolieren. Ich hatte eine ganze Woche keinen Kontakt zu meiner Frau und meinen Kindern, um sie nicht aufzustecken. Jetzt fühle ich mich wieder gut und stecke voller Energie. Deswegen habe ich wieder angefangen zu Hause zu trainieren. Endlich kann ich wieder Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen. Zum Glück, wir spielen, malen und trainieren zusammen. Ja, mein Sohn, er möchte die ganze Zeit Handball oder Fußball spielen auf dem Garten und ja, wir kommen zusammen und es ist Spaß gemacht. Und denkt dran, dass ich liebe zu Hause. Er auch, bitte.